Guten Morgen, wir haben hier gepennt und das hier vorne, das ist dieser Vereinshaus und hier ist jetzt schon Betrieb die ganze Zeit. Das heißt, wir müssen ganz still in Ruhe einpacken und so richtig unauffällig hier verschwinden. Und hier, wir haben heute Morgen ein paar Vereinsmitglieder gehört. Die standen einerseits hier hinter dieser Forke oder dieser Tür. Genau, die haben da geredet und gequatscht und heute rumgelaufen. Und die waren, ja genau, die waren auch irgendwie hier vorne gewesen. Also nicht mehr viel, es hat nicht mehr viel gefehlt und die hätten uns dann hier direkt entdeckt. So und wenn das hier zusammengepackt ist, dann kommt die Stunde der Wahrheit. Ob wir das schaffen, komplett heimlich durch den ganzen Hof durchzulaufen, durch den Ausgang durch, genau. Oder ob wir gleich erwischt werden. Ich bin sehr gespannt drauf. Super, die Spannung steigt. Gelände heimlich verlassen. So, ich würde sagen, erfolgreich runtergeschafft. Stealed Camping erfolgreich gemeistert. Ja.